Stell dir vor, es gibt ein Thema, das dir niemand in der Schule beigebracht hat. Ein Thema, das auch nicht in der Ausbildung oder an der Universität gelehrt oder vermittelt wurde. Und auch danach war die Wahrscheinlichkeit gering, dass du davon etwas mitbekommen hast, es sei denn, du hast dich in Geheimgesellschaften oder Bruderschaften aufgehalten. Ein Thema, das für unser aller Leben von überaus großer Bedeutung ist, von dem jedoch nur die wenigsten Menschen etwas wissen. Ich spreche heute von dem Thema der Hermetik, sieben geistigen Spielregeln, geistigen oder natürlichen Gesetzmäßigkeiten, die unser aller Leben in jeglicher Hinsicht berühren, von denen wir aber so gut wie keinerlei Ahnung haben. Ich stelle dir heute diese sieben Spielregeln vor und gehe sehr stark in die Praxis ein. Vermittle dir diese Spielregeln auf einer praktischen Ebene, damit du sie anwenden und im täglichen Leben nutzen kannst. Denn es liegt mir am Herzen, dass du ein Verständnis für diese Spielregeln entwickelst, ein Bewusstsein und dass du sie dann anwenden kannst in jeglicher Situation, die sich in deinem Leben auftut und die in vielen Fällen sicherlich nicht harmonisch ist, weshalb es ja auch Handlungsbedarf gibt. Das Thema der Hermetik datiert viele tausend Jahre zurück. Aber erst in letzter Zeit ist es mehr ins Bewusstsein der Menschen gekommen, weil es natürlich auch in ihren Leben ja nicht mehr so richtig läuft. Es gibt berufliche Probleme, es gibt private Probleme und es gibt immer mehr gesundheitliche Probleme. Das heißt, die Menschen orientieren sich um, sie suchen nach Lösungen und eine dieser Lösungen findest du im Bereich der Hermetik, in diesen sieben Gesetzmäßigkeiten. Wenn ich sage, dass sie viele tausend Jahre zurück datieren, dann gehen wir zurück zu altem atlantischem Wissen, altem ägyptischem Wissen. Der Begriff Hermetik kommt von Hermes Trismegistus, das ist der dreifach große, der dreifach geborene, dreifach groß, weil er die drei Ebenen, die geistige, die mentale und die körperliche Ebene beherrschte. Hermes kennst du sicherlich vom Paketdienst, aber den meinen wir nicht. Wir meinen auch nicht den Götterboten, wir meinen eine Wesenheit, die zu der Zeit, unglaublich wie es scheinen mag, viele tausend Jahre lebte, Wissen aufgeschrieben hat und bei den Ägyptern zum Beispiel unter dem Namen Tod bekannt war. Das war der mit dem Ibiskopf, der alles aufgeschrieben hat. Hermes hat alten Aufzeichnungen zufolge viele tausend Bücher geschrieben. Viele gingen dabei verloren bei dem Brand der Bücherei der Bibliothek von Alexandria. Weniges ist übrig geblieben. Das, was übrig geblieben ist, wird uns heute anhand der Smaragdtafeln von Hermes Trismegistus und auch der sieben hermetischen Prinzipien, die im Kybalion dargelegt wurden, vermittelt und nahegelegt. Das kann alles sehr theoretisch sein, sehr abstrakt sein und deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dir dieses Wissen praktisch zu vermitteln, näher zu bringen, damit du, wie gesagt, einen praktischen Nutzen im täglichen Leben daraus ziehen kannst. Was passiert in deinem Leben? Was passiert auf einer praktischen Ebene? Das kann ich dir in einigen Worten klar sagen. Du wirst ruhiger, du wirst gelassener, du wirst überlegter. Du hast eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten zur Verfügung. Möglichkeiten, aus denen du auswählen kannst. Das heißt, du bist nicht mehr in einem engen Kreis geschlossen, sondern du stehst zurück, du schaust dir die Situation an und dann überlegst du weise, wie du diese Situation angehst. Ganz gleich, ob das eine finanzielle Problematik oder Situation ist, eine private, eine gesundheitliche, spielt keine Rolle. Dieses Wissen kann überall in jeder Situation angewendet werden. Wenn du durch dein hinzugewonnenes Wissen an Bewusstsein gewinnst, wirst du automatisch souveräner, du wirst automatisch ruhiger und gelassener. Du fährst nicht mehr so schnell aus der Haut, dich regen die Sachen auch nicht mehr schnell auf, wenn überhaupt noch. Und aus diesem Gefüge heraus triffst du immer wieder intelligente Entscheidungen, die dich im Leben voranbringen, die dich nicht zurückhalten, die dich nicht einzwängen, sondern die dich befreien und dir letztendlich ein Leben auf ganz anderen Ebenen, auf höheren Ebenen bescheren. Das mag etwas abgehoben klingen, ist es aber nicht, wie du im Folge der nächsten Minuten sehen wirst. Du wirst sehen, was es mit diesen Prinzipien auf sich hat, wie sie in deinem Leben zur Wirkung kommen und welchen hervorragenden oder überragenden Nutzen du daraus ziehen kannst. Und du wirst dich vielleicht fragen, warum wurde das nicht in der Schule gelehrt? Warum hat mir das niemand beigebracht? Warum wird das immer noch nicht gelehrt, wenn es doch so überaus wichtig ist? Die Antwort darauf kann ich dir nicht geben. Ich kann dir nur ans Herz legen, dass wenn dir dieses Wissen, dieses von mir vermittelte Wissen zusagt, wenn es dich berührt, dass du es auch anderen weiterleidest, dass du es weitervermittelst, damit auch sie einen Nutzen davon haben. Denn letztendlich, das, was einem nutzt, muss allen nutzen. Und da wir uns als Individuen nicht allein in einer Gesellschaft bewegen, sondern Teil einer Gesellschaft sind, darf es auch nicht nur um uns gehen, sondern es muss gleichzeitig zum Wohle aller sein. Ich lade dich ein auf diese wunderbare Reise in die sieben hermetischen Prinzipien, in die sieben Spielregeln deines Lebens und verspreche dir, dass dein Leben am Ende ganz anders aussieht als zuvor. Ich lade dich ein, dich nach innen zu kehren, in die Stille zu gehen, die Stille aufzusuchen und dort dieses Wissen wirken zu lassen. Nimm dir Zeit, nimm dir Zeit, dieses Wissen aufzunehmen, zu verarbeiten, darüber nachzudenken, auch etwas ruhen zu lassen und dann wieder ihm wieder Schwung, ihm wieder Dynamik, Momentum zu geben. Ich möchte dir aber auch sagen, dass das, was du jetzt hier hörst, nicht von mir kommt, sondern es kommt aus dir heraus. Das heißt, ich erinnere nur Teile aus dir heraus, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Das heißt, es kommt Wissen, was in dir drin steckt, was in dir verborgen blieb. Das kommt jetzt auf einmal durch diesen Beitrag, durch diesen Vortrag, durch dieses Video wieder hervor. Letztendlich erinnere ich dich, du erinnerst dich, du erinnerst dich an dein unendliches Potenzial, was dir zur Verfügung steht. Du erinnerst dich an die unendlichen Möglichkeiten, die du zur Verfügung hast, die du in deinem Leben auswirken kannst, die du ausleben kannst, die dir Freude bereiten, die dich weiterbringen, die nicht nur dir Freude bereiten, sondern eben auch anderen Menschen. Es kommt nicht von mir, es kommt aus dir heraus, denn dort war es schon immer vorhanden. Und jetzt hast du einen Kanal gefunden, durch den es wieder erweckt wird, zum Leben erweckt wird und bei dir viele, viele und zahlreiche Segnungen zeigen kann. Die sieben Spielregeln des Lebens, eine Einführung in die Hermetik, würde mich freuen, wenn ich dich auf diese Reise mitnehmen kann, um dir das wieder ins Bewusstsein zu führen, was schon längst hätte da sein müssen.